Verdammt, was ist los mit dir? Du pfeifst ja aus dem letzten Loch. Sag nicht, diese Sterblichen haben dich übertöpelt. Hör zu! Wir haben einen schwerwiegenden Fehler begangen. Die Menschen sind viel schlauer, als wir dachten. Jedenfalls war es falsch anzunehmen, sie seien bloß ungeziefer. Wenn wir zu nachlässig sind, werden sie unseren Plan, ein menschenloses Utopia zu erschaffen, durchkreuzen. Hm. Also schön. Genug gespielt. Wir haben uns sowieso schon zu lange mit diesen ignoranten Menschen aufgehalten. Es wird Zeit, ihnen die wahre Macht eines Gottes zu demonstrieren. In Ordnung, dann wollen wir sie mal endgültig in ihre Schranken weisen. Ihr habt es gewagt, die Götter zu beleidigen. Doch nun sollt ihr vor Ehrfurcht erzittern. Und vor uns niederknien. Er wird doch nicht etwa. Auf die harte Tour also. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der sich Zanaso nennt.